Guten Tag, mein Name ist Fuji. Ich gehöre zu einer kleinen japanischen Gruppe in Düsseldorf, die heißt Sayonara Genpatsu Düsseldorf. Die ist im Juli 1900 gegründet worden. Und wir möchten uns gegen AKBs aller Welt einsetzen. Und bisher haben wir dreimal solche Demonstrationen und Kundgebungen gemacht. Die möchten wir weiterhin fortsetzen. Vielen Dank.